Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute werden wir die Frage klären, wie man ein Shiny Pokémon als Anfangspokémon bekommen kann. Wie man das bekommt, ist natürlich ganz logisch, denn ihr braucht einfach nur Glück. Aber wir klären heute die Frage, wo man speichern darf. Und es ist tatsächlich so, dass ihr den ganzen Anfangspokémon machen könnt und dann danach direkt vor den Pokébellen speichern könnt. Also sehr geil, dann könnt ihr sehr viel Zeit sparen. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, sehe ich von außen, ob das Pokémon ein Shiny ist? Und das ist der Fall. Ihr seht es schon direkt von außen. Ich habe hier gerade Pech gehabt und noch kein Shiny bekommen. Aber in der ersten Edition ist es zum Beispiel leider so, dass man es nicht von außen sieht. Das ist die einzige Ausnahme, soweit ich erhebe. Also bis zu roten Editionen und blauen Editionen. Dann müsst ihr zum Beispiel bei diesen Editionen Glumander nehmen und dann gucken im Inventar, oh es ist gelb und es hat ja einen Shiny Stern. Dann wisst ihr, okay, es ist ein Shiny. Sonst könnt ihr das leider nicht sehen. Das heißt, aber ab jeder Generation danach, ab der zweiten und auch immer weiter bis dann, also wirklich immer, sieht man von außen schon, ob es ein Shiny ist. Spart sehr viel Zeit und ist super praktisch. Denn dann könnt ihr ja theoretisch direkt sehen, welches von den drei Pokémon, die ihr habt, ein Shiny ist. Und somit habt ihr dann die Möglichkeit, einfach das Richtige auszuwählen und nicht wie in der ersten Edition Glück haben müsst, ob ihr das Richtige Shiny trifft und ob ihr vielleicht sogar ein Shiny auch vorsehen liegen lässt. Ich spiele hier jetzt gerade die Soul Silver Edition und versuche die ganze Zeit eins zu bekommen. Hab tatsächlich sogar schon eins gehabt und das ist Endivir. Aber leider ist das das, was ich nicht wollte. Die anderen beiden fände ich super, also viel cooler. Und das ist auch das Problem, man hat zwar die Möglichkeit, hier alle zu sehen von vornherein, aber wenn da dann eins bei ist, was man nicht will, dann bringt es einem auch nichts, das von Anfang an zu sehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch nur Karnimani wollt, dann wäre es egal, ob man das von außen sieht oder nicht. Ich würde natürlich trotzdem Zeit sparen, aber es ist theoretisch gesehen egal. Meinen Endivir habe ich natürlich weggegeben, also ich werde das jetzt behalten und nicht irgendwie, nicht benutzen. Ich habe das zu einem Kollegen gegeben und werde jetzt versuchen, noch für mich ein Anfangspokémon zu bekommen, was ich denn auch shiny spielen werde. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und viel Glück bei der shiny-Jagd. Ciao und bis zum nächsten Mal.